Hallo und herzlich willkommen zurück bei Feuerwehr, die Simulation Achso, warte, ja, komm Wir machen den Alarm aus und wir löschen jetzt Ja, und die Autos hupt natürlich wieder, weil wir von der Feuerwehr sind Und die wollen nicht, dass wir hier löschen Und eigentlich haben wir längst Dienstschluss, aber natürlich sind wir wieder die einzigen, die noch arbeiten Überhaupt mal arbeiten Das ist einfach nur ein großes, großes, rundes Mobbing-Spiel, mehr ist das nicht Ja komm, mach ab die Pampe Nein, jetzt hier, da rein Ach, der Hotz war auf der anderen Seite, hier Alter, diese Penner hier So, da haben wir einfach zugesandet Boah, ich schmeiß den gleich in den Zement-Saktor und die Windschutzscheibe Das ist ja unfassbar Husch, husch, verschwinde, verschwinden sie, verschwinden sie Ah, es sind zwei Autos in einem Drei Autos in einem Vier Autos, wow Äh, ist an Lächerlichkeit gar nicht mehr zu überbieten Auto-Gangbang Geil Das kann sich Fissen hier mal für KS3 merken So, hier alles dicht machen, alles dicht machen Alles dicht machen 8.45 Uhr, wir haben Feierabend Meierfeld Meierfeld-Brumsdorf, aha Na nü? Wo geht's denn da hinten hin? Na, noch ne Feuerwehrwache? Ach, das ist die Feuerwehrwache Meierfeld Wo wir neulich waren Das ist wieder so ne Schicht, die nie zu endlich scheint Ich glaube, unsere Feuerwehrwache heißt tatsächlich Meierfeld Und wir nehmen einfach nur ne andere Abfahrt Okay Oh, hier, Ladebildschirm Oh, 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 oh Da kann man aber so schön lenken Wenn der ausfadet, kann man immer noch so richtig gut lenken Ach, jetzt kommen wir einfach nur von der Ah, ja, ja, doch Ne, wir sind richtig Oh Mann Das ist wieder so ne Schicht, die nie zu endlich sind Nein, das ist wieder so ne Schicht, die nie zu endlich Halt die Fresse Halt doch mal die Fresse Probier was Neues aus Halt doch mal die Fresse Sonst reiß ich dir die Zähne aus Halt doch mal die Fresse Das tut allen gut Halt doch mal die Fresse Mit deinem Übermut So Uah So, wir gehen stempeln, ich will hier raus Uah, ich will nicht noch ne Schicht machen Ich will, äh, ich will nicht noch n Tag Ich, äh, ich habe, ich langsam Oh, ah, oh Gott, was ist jetzt? Oh mein Gott, Mittwoch 11.25 Uhr Rang Feuerwehrmann Einteilung TLF Florian 3 Oh nein Unruhe über dem Dorf Diablo ist zurückgekehrt Aha Lauf! 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 Ich renne schon! Ich bin... Noch schneller! Oh, hier ist schon auf! Na los, ab auf die Baustelle Das wird ja wieder mega spannend in dieser Folge Uiuiuiuiuiui! Schnallt euch an! Krallt euch an den Sitzen fest! Hohoho! Natürlich auch meine Oma in Bielefeld Natürlich auch meine Oma in Bielefeld Lieber Sachsen Let's Plays Was war das denn gerade? Habt ihr vorgefertigte Texte für den Scheiß? Wie blöd ist das denn? Ich dachte ihr könnt da wenigstens was eigenes sagen Ich dachte der... Ich dachte ihr habt wirklich ne Oma in Bielefeld Uah, ah, ah Die lügen voll Die lügen voll Die Synchronsprecher lügen Oh nein! Jetzt musst deine Oma nach Bielefeld ziehen Damit du nicht gelogen hast Weißt du ne? Ach, da ist er ja! Uah, ah, ah Tu was! Uah! Ich hab das... Ich hab immer Angst dass wir mit der Karre wieder hinlegen gleich Übrigens ich hab ein Stellenangebüter Mit der Wiese in den Karrenfeuer waren Ich überlege Deshalb hab ich nicht an den ersten Späten im Kontext gesehen Ja, ich habe gehört dass, äh Das Stellenangebot ein ganz ähnliches sein soll wie das hier Teilweise wohl das gleiche Spiel Hab ich gehört Hab ich gehört Ich hab's noch nicht gesehen So, jetzt müssen wir mal gucken ob wir da auch hinkommen Und wie wir langfahren müssen Das weiß ich nur nicht Ich hab's nicht verstanden Ich hab's nicht verstanden Eddy oder Renni Renni räumt den Magen auf Aber ich hab's leider nicht verstanden Boah wie schön hier so schön ländlich Eddy ist wunderschön und ländlich Ländlich Wie kommen wir denn da hin? Ach hier Äh, ach da Die stehen da alle rum und halten Kaffeepause Ihr faulen Schweine Da springt die Kuh Da wetzt der Bär Was? Erstmal gemütlich abladen hier Haben wir hier ne Dranten? Ne ne So, komm mach auf Wie viel Wasser haben wir noch im Tank? Wann macht er denn da? Wann macht er denn da? Lada dam dam daaa Jada dam da 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 daaa Lalalalalalalalala Die Scheune brennt Scheune, oh, hallo? Ach, wir können durchs Dach spritzen, natürlich. Ich unterschätze meinem Druck immer. Ich würde auch gerne mal da lang. Ach, du Heilige. Ich dachte, wir bräuchten dafür vielleicht einen Kran oder so. Und ich find's toll, dass die Kollegen überhaupt nichts ausrichten. Die sind mit zehn Feuerwehrleuten, aber unser Strahl ist der einzige, der wirklich funktioniert. Das liegt daran, dass ich wirklich über einen Qualitätsstrahl verfüge. Mein Qualitätsstrahl. Ich hab 5.000 Atü auf dem Kessel, auf dem Kessel. Boah, die Flammen greifen natürlich immer weiter um sich. Und da rüben komm ich gar nicht hin. Hallo, die Kirchen. Oh. So, krieg ich die Flammen da gelöscht, ja, ne? Doch, das geht. Alter, wo zielen die überhaupt hin, die Schwachmaten? Die löschen doch gar nicht. Die gießen halt in die Tränke. Eieieiei, ich hoffe nur, wir haben genug Wasser auf dem Kessel. Ach, du Scheiße. Viereinhalb Minuten. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Oder ob man das schaffen kann. Weil die ja immer alles wieder neue Feuer fängt. Ei, 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 ei. So, ich glaub auf der Seite hier haben wir's. Komm ich da hin? Der Schlauch ist ja 30 Milliarden Kilometer lang. Das ist gar kein Problem. Da können wir ja auch bequem einmal ums Haus laufen. Unser kleiner WLAN-Schlauch. Wie sieht's aus? Hier qualmt glaub ich noch was. Yeah! Juhu! Ja, wir haben's geschafft! Juhu! Wir sind Helden! Wir sind... Wir sind... Ach, ich will nicht mehr... Äh, was? Guten Morgen zusammen. Hallo! Du hast gestern wieder deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ach! Hiermit befördere ich dich zum Oberfeuerwehrmann. Ach! Herzlichen Glückwunsch! Yeah! Dich teile ich heute als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Ja! Im äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Aha! Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Das hab ich auch noch nie gehört. Mal was Neues. So, war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Und was mit den Frauen? Den Papier 10? So, 5 sind wir, ne? Hi! Baby, na? Was machst du denn da? Alter, wie böse die guckt. Nix zu tun? Doch, ich gave dich an. Näh? Näh? Darf ich dich mal küssen? Was soll das? Ich will dich küssen. Ich bin sehr einsam. Darf ich dich küssen? Du siehst so freundlich aus. Ähm, ehä? Du bist eine Frau. Ich bin ein Mann. So. So, hier haben wir 5, ich äh, weiß gar nicht, ich kann hier ja schon mal das Tor öffnen, Benzin geht, weißt du was, yeah, ja, juhu, na los, komm schon, Mist. Juhu, yeah, einmal durchs Gemüse fahren. Oh, Entschuldigung, ich wollte doch eigentlich da lang. Man, wieso geht es denn da übrigens weiter? Mmh, ich mache eine kleine Spazierfahrt. Ins Grüne, zum Picknicken. wow oh jo das geht sogar boah Florian 5 meldet frei auf Picnic fahren komm ich da hoch ja oh da hinten wollte ich ich eh immer mal hin. Wer denkt denn jetzt noch an Schlaf? Komm, ich bring dich in diese verlassene Kirche rein. Und dann zeige ich dir mal einen richtigen Hasen. Oh, was? Stark alkoholisiert, das will ich noch sehen. Wow. So, dann düsen wir gleich mal hin. Und dann müssen wir hier rechts ab... Da hast du recht. Wow, yeah. Wuhu. So, vielleicht machen wir dann doch noch eine einzige Folge. Und dann gucken wir uns mal die Person an, die stark alkoholisiert ist. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kennen wir die ja sogar. Vielleicht ist ja dann eine Mutter. Ach so. Ja, dann bis zur nächsten Folge und der stark alkoholisierten Person. Tschüss.